Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Oddworld New & Tasty mit dem lieben Abe. Und wir befinden uns mittlerweile in der 26. Folge, glaube ich. Meine Güte, ganz schön viel. So, ist es ein wenig her, muss ich sagen. Oh mein Gott, nicht so schnell. Wow! Easy. Dass wir, äh... Huh, meine Güte, dass ich hier was aufgenommen habe. Daher kann das sein, dass ich jetzt noch nicht ganz so schnell ins Game finde und mich vielleicht das ein oder andere Mal daneben benehme. In dem Sinne, dass ich ab und zu mal wahrscheinlich daneben drücken werde, daneben springen werde oder was auch immer. Oh Gott sei Dank, ey. Scheiß die Wand an. Den hätte ich fast nicht erschießen können, das wäre ja traurig. Genau mit Pates, keine Ahnung, was erzählt. Gonna get paid, meine ich. Erzählt er oder singt er da oder auch da mal. So. Boots. Boom. Ist ja lustig. So. Dann gehe ich mal runter. Also, äh... Ja, schauen wir mal, wie es, was jetzt hier so gibt's. Ich speichere mal ganz kurz. Wie ist das nochmal? Schnell speichern wir das. Alles klar, hier ist Rennen. So. Hmm. Kann ich hier hochhüpfen? Moment mal, lass mich das immer kurz nachchecken. Nein, das ist viel zu viel Platz. Oh Gott. Ich nehme mal noch ein bisschen Anlauf. So. Hier ist immer nochmal speichern. Da ist jemand... Läuft man da durch? Ich weiß es nicht. Lol, das sind drei Stück. Wie soll er das denn schaffen? Wahrscheinlich ist das so eine... krasse Timing-Sache. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll. Ohne Witz. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Vielleicht muss ich ja auch einfach nur durchhüpfen. Nope. Das wird es nicht sein. Ich kann dummerweise auch nicht... äh... wegschanden. Okay. Ja, ich wollte es nur mal kurz versuchen. Ähm... Ich kann noch mal ganz kurz in die Ecke gehen und schauen, was sie da schreiben. Die Glühwürmchen... Elum... Lauf... Oder was? Muss... Hier... bleiben wahrscheinlich, ne? Warten. Ah, jetzt klar. Verstehe. Dann... Heißt das für mich wahrscheinlich... Nein! Oder ich muss... äh... einfach schnell rennen und dann da rein, ne? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Jo. Hey, was ist das? Hä? Wie soll das denn sonst klappen? Ähm... Habe ich irgendwas vergessen zu aktivieren? Na, ich schau mal ganz kurz. Hm. Er fängt heute schon wieder gut an. Warte mal. Ich stelle das mal ganz vorsichtig nach hinten. So. Ich sitze nämlich... Nämlich nicht gemütlich. Das wollte ich eigentlich sagen. Und es ist mir auch noch ein bisschen zu laut. So. Ich stelle das mal ein bisschen alles leiser. Dann muss ich nicht so schreien. Oh, oh. Elum muss hier warten. Lol. Warte, ich... Äh... Hol mich mal hier wieder. Ich gehe nochmal runter. Ich muss mal schauen. Ach so, ich habe da hinten gespeichert. Nee, da komme ich nicht runter. Alles klar, also muss ich hier nochmal runter. Jo, ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Nee. Äh, bitte drauf und dann let's go. Hier kommen wir ja auch nicht hoch. Ja, es hat halt mal null gebracht. Wenn ich die kriegen würde, das wäre ja schick, ne? Aber... Ich werde ja da immer wieder rausgeschickt. Das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein. Hm. Lol. Wow. Äh. Oder ich muss hier durchrennen. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich renne jetzt mal einfach mal durch. Was wird jetzt das ja sein? Okay. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Aber was soll ich denn hier bitte machen? Ah! Boah, die hat mich fast gekriegt. Äh, absteigen nochmal. Ähm. Ich frage mich gerade, was das gebracht hat. Die ganz am Anfang, weißt? Das bringe ich mich doch mal um. No. 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 Ja, vielleicht komme ich da oben doch mal hoch. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade wieder ein bisschen, äh, brauche. Aber ich habe halt überhaupt keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Ohne Witz. Ich bin da a little bit confused. Elum wartet hier nicht. Ohne Witz. Die laufen mir hinterher. Ja, wie soll das denn klappen? Ohne Witz. Dann ist so ein Passwortteil. Wenn die Elum warten... Also die sagen, dass Elum hier warten muss. Das ist schon mal klar. Lass mich in Ruhe. Ich bin mir echt nicht sicher. Vielleicht kann man es ja trotzdem schaffen. Mit Elum warten, halt's Maul. Lass mich hier durch. Lass mich hier durch. Ich bin Arzt. Wenn dieses Scheißteil mal verschwinden würde, wäre es ganz geil. Diese Mine, ne? Ach so, das fährt erst nochmal so rum. Okay. Lol. So, ja. Keine Ahnung, Alter. Kann ich denn hüpfen, ohne laut zu sein? Ich weiß es nicht. Warte, wenn ich jetzt von hier hüpfe, dann ist nur einer wach. Das ist auch schon mal sehr geil. Danach kann ich gucken, ob ich den vielleicht hinterher schleichen kann. Und dann vielleicht kann ich dann ja in Ruhe dort arbeiten. Oh, geil, oh. So. Okay. Jetzt muss ich hier jetzt mal gucken, wie das hier läuft. Warte, ich mache hier einen Speicherstand. So. Jetzt muss es ja eigentlich laufen. Ich kann wahrscheinlich noch näher. Mal schauen, wie weit gehst du noch? Okay, ich kann noch her. So, okay. Okay, dann muss ich da einfach mal runtergehen. Ist alles cool. Ist ja... Ja, Moment. Nochmal neu laden. Oh. Oh. Das war ja ganz schön knapp, die Geschichte. Ich warte noch mal eine Runde ab. Das tut mir jetzt wahnsinnig leid, dass es so Ewigkeiten gedauert hat. Ohne Witz. Ja, ja, warte, wie hieß denn nochmal sagen? Achso. So. Das bringt jetzt was? Was bringt das? Achso, jetzt kann ich hier wahrscheinlich die einzelnen rausholen. Zu langsam. Achso, jetzt kann ich auch das Elum endlich holen. Easy, 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 easy. Ja, scheiße. Jetzt habe ich da aber für neun Minuten für gebraucht, ne? Ist nicht so lustig. Weil ich das am Anfang halt null gerafft habe. Ja, gut. Es ist manchmal so. Manchmal steht man so ein bisschen auf den Schlauch. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Jetzt machen wir nochmal kurz einen Speicherstand. So. Ich gebe mir das auch nochmal. Das brauche ich eigentlich nicht. Achso, ich muss eben meinen Elum holen. Moment. Das machen wir. Sit down. So, Elum. Wir machen uns auf den Weg. Hüpf. So. Okay. Ähm. Moment. Hä? Es scheint mir viel zu hoch. Hä? Warte mal. Ich kann hier wahrscheinlich wieder... Auf. Wiedersehen. Elum. Achso. Nee, es ist gar nicht so hoch. Gar nicht so hoch. Ja, das heißt wohl, so wie ich das sehe, dass es jetzt... Dass wir uns verabschieden von unserem Elum. Einen guten alten Elum. Der uns so weit und so oft geholfen hat. Mami! Lol. Was muss ich denn da machen? Hier sind ja echt lustige Sachen. Muss ich echt sagen. Hier rein. Achso. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Moment. Wir brauchen unser Elum noch. Wir holen uns nämlich hier das nochmal. Genau. Siehst du? Jetzt haben wir nämlich die Geschichte. Und jetzt können wir wahrscheinlich gleich... Ja. Eben kurz die Geschichte da aktivieren mit dem. So, jetzt haben wir den nämlich kaputt gemacht. Achso, jetzt muss ich Hallo sagen. So. Dankeschön. Komm ich jetzt raus? Achso, ich komme jetzt hier raus. Oh, hi there. Ähm. Hi. Ich muss immer so ein bisschen ruhig sein, während ich das mache. Weil ich mich so ein bisschen konzentrieren muss. Damit ich Bescheid weiß, was die von mir wollen. Boah, Alter. Ich hatte ja gerade ein bisschen Angst, dass ich sterbe. Ich mache mal kurz einen Zwischenspeicher. Äh. Allein schon, weil... Ich nicht will, dass ich hier wieder von neu anfangen muss. Das reicht eventuell nicht aus. Also mache ich das mal hier. Aua. So. Speichert. Jetzt kommen wir... Okay, ich renne mal wieder. Alter, die sind ganz schön schnell wahrscheinlich. Tja, schlecht würde ich sagen. Was denn? Ach, die sind alle jetzt gestorben. Okay, alles klar. Scrabania. Nistplatz der Scraps und er... Was? Erprobungsfeld der Mudokon an. Okay. Na dann. Stell dich den tödlichen Fallen von Scrabania und vermeide dabei die schrecklichen Scraps, um ihrem... Um im Herzen des Tempels dein Schicksal zu entdecken. Das schreckliche Scraps. Okay. Warte mal. Wie ist das nochmal? Stell dich den tödlichen Fallen von Scrabania und vermeide dabei die schrecklichen Scraps. Ach so. Ja, ja. Jetzt habe ich es gerafft. Ich dachte, da kommt irgendwie noch so eine Erklärung. Manchmal... Heute bin ich nicht gut drauf, glaube ich. Bin müde. Manchmal brauche ich ein bisschen länger. So, ich glaube, ich kann noch weiter. Oh. I looked upon the temple, where the Scraps should still nest. Okay. Oh. Surviving these creatures, this would be my test. Ja, lol. Dann ist ja cool, ne? Dann will ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn die Folge ist jetzt schon wieder live zu Ende. Haben wir ein bisschen was geschafft. Mal gucken, was hier abgeht. Ich bin mal gespannt. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.